Da hinten ist dann das Schlumpenmann. Das stinkt nun so schön, die zwei. Und hier kann man dann reiten. Wo reiten die mit den Gäulen? Da ist dann hier Betreuung. Hier sind jetzt Öffnungszeiten. Ist das was? Nein, das ist umsonst. Ach nee, nee, ist es nicht. 30. Doch, guck, 30 sind was dran. Was koste? 30 türkischen Lira. 10 Euro. 1 zu 3 ist, glaube ich, der Weckkurs. Sicher?